Micky, ich hoffe, dass die Kackwurst da mit drinne ist, Digger. Erd, Wurst, Erd, Wurst. Was der Typ für Non-Holo-Run hat, das ist, glaube ich, Weltrekord. Erd, Wurst. Das geht gar nicht. Das ist nicht möglich. Das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Du bist 1 mit der Karte. Micky mit 2. Gönnt er sich. Micky mit 2. Oh, der hat Bock, Digger. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Dein Hund, Heiz. Ist das ein Hund? Ja. Das ist deine Karte, Bro. Das ist das O-Mail. Deine Karte, deine Karte, deine Karte. Diese Scheiße. Micky gebrochen. Also, wenn jetzt ein Diktree kommt, du mir nicht heulen. Ey. Ah, Micky, es ist dein Pack, Alter. Es ist einfach sein Pack. Dahinter ist du niemals. Das ist das Unnodest auf der ganzen Welt. Das ist gescriptet. Das ist gescriptet. Das kann nicht sein. Der erste, der das Pack bekommt, ist... Micky. Was? Was? Mit 2 Packs. Mein süßen Micky, bist du ready? Oh, das könnt ihr nicht machen. Ich hoffe, ich ziehe nur Schwanz, Digga. Junge, du warst schon bei 6 Boxbreak dabei und hast noch nie eine Holo bekommen. Oh, mein Gott. Erd. Wurst. Erd. Wurst. So, dann machen wir mal die Packs auf. Nee. Ich hab's doch gecrollt. Die Schere, ey. Micky, das ist dein erstes Pack. Für 425 Euro. Oh, macht er mal gute Aufgabe. Macht er gut schon mal. Guten Job. Oh, Drattini. Geil. Geil. So. Das muss dann nicht aus dem Räuschchen beim nächsten Mal. Drattini, süß schon mal. Micky, was sagt der Puls? So ist der Fokus. Viel zu. 200. Challenge. Leute, hört auf zu spammen. Es gibt kein Diktri-Holo. Doch, gibt es. Pokémon-Experte sagen, es gibt es nicht so besonder. In Team Rocket? Ja. Ex-Jungel geguckt, ja. Die Erdwurst. Muck, nicht Muck. Muck ist richtig Muck. Schneller, entspannen Sie sich mal ein bisschen. Flamara, geil. Komm, einer kommt. Geil, Drattini. Oh, war das so? Das nächste Mal können wir gerne Deutsch spielen. Oh, Gott. Scoop, Gas-Attack, ist überwag. Nee, nee, ich mein, was hat der da? Ich seh bei Micky nur im Chat Erdwurst-Attacke gerade. Ja, es ist komplett. Schaufler wird immer gerne eingesetzt. Schaufler. Hashtag Schaufler bei Micky in den Chat. So was. Hört auf zu lachen jetzt. Nein, du musst dich beruhigen, Mann. Du denkst schon wieder nur an den Schaufler. So wird das auch nicht. Kommst du jetzt schon? Micky. Micky. Können. Hallo? Wo ist Aburk also? Ja, mach's geil, aber komm. Wäre noch zu fernab. Monkey. Monkey. Oh. Micky. Oh. Oh. Was war? Hä? Hä? Oh. Nein. Er ist rare, oder? Er ist rare. Er ist wieder rare. Es kann viel schlimmer sein, aber es ist halt keine Holo. Centering is strong. Ja, das ist nice. Ich sag auch immer, gutes Centering ist besser als der Holo. Oh. Nein, Micky. Micky, das war ein Witz. Fuck you. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber sie ist positiv, Mann. Was soll ich denn da positiv sehen, Mann? Mit Schaufler kannst du dir nach einem richtigen Scheiß-Open in dein eigenes Grab schaufeln, Junge, Alter. Das hat alles Vorteile, Micky. No, Micky. So. Oh, Kadabra. Haben wir hier eine Trainerkarte. Es kommt eine. Oh, hast du schon Maholo und Maschok? Ist geil. Maschok, ja? Ja, Chet. Ja, das ist wirklich geil. Grimer. Dazu kann ich euch eine Geschichte erzählen. Diese Karte wurde damals verboten, weil auf der originalen Karte, das hätte ich auch sagen können, der Kollege hier, der Schwimmer, der Frau unter den Rock geguckt hat. Weiter geht's. Das wäre schon ein ganz Blick. Oh, sleep. Abra. Ich habe da gerade Abra. Nice. Jetzt kommt ein Simsaler. Jetzt noch ein Simsaler-Holo. Ist ja krass. Micky, du redest zu wenig. Geht's dir gut, Bro? Ja, du musst... Nee, mir geht's dir. Ich habe so einen Old-Points, Mann. Ich habe viel zu einen Old-Points. Ich kann nicht sprechen. Oh, Anton. Anton. Es kommt eine Hole. Es muss herkommen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sehr schön. Erster Schalter gezogen. 50 hast du wieder drin. Wie viel hast du ausgegeben? 900. Ah. Genau, aber das ist die Vorentwicklung des Grunds im Zura, was wir ziehen wollen. Hallo. Da hinter. Da hinter ist die Holo. Jemals. Was? 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 Micky, Digga. Was? Das glaubt uns keiner. Das ist das unlogischste auf der ganzen Welt. Das ist gescriptet. Das ist gescriptet. Das kann nicht sein. Ich bin heiter. Das kann nicht sein. Das glaubt uns keiner. Das kann nicht sein. Micky, Micky, Micky. Der zieht diese Dinger an ihm ab. Seine erste Holo. Es ist das Diktri. Deine allererste Holo. Gleich deine Lieblingskarte. Digga, man kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es ist die dreifache erste Holo. Ich krieg ne Holo, aber es ist das Diktri. Das ist sau gut. Digga, deine allererste Holo. Das kann nicht sein. Das kann zu keiner erzählen. Ist Micky gebrochen, Chat? Trimax ist auch ausgerastet. Ich akzeptiere das Diktri. Ich akzeptiere die Erdwurst. Es ist halt einfach so. Micky, ich hoffe, die 850 Euro haben sich gelohnt. Ich akzeptiere das Diktri. Ich werde mir die Karte nehmen und in den neuen Gaming-Keller einfach einrahmen an die Wand. Weil ich habe jetzt 6500 Euro ausgegeben. mit nur Diktris. Und ich habe insgesamt 4 Diktris gesammelt. Das kannst du keinem erzählen. Aber Micky, ich muss wirklich sagen, auch wenn das natürlich im Verhältnis zu dem, was man bezahlt hat, irgendwo, Digga, passt die Karte. Welche Karte hätte ich dir ziehen sollen, außer die? So krass. Das war ein geiler Moment, also. Poli-Shit. Ja, und ich finde bei Reece, das ist echt ein legendärer magischer Moment, wirklich. Es musste so kommen. Es musste so sein. Micky? Ja, moin. Simon. Ja, wann kommt der Diktri-Tattu? Wenn du mir das stichst, mache ich mir das auf Madeira. Also das ist wie ein Kinofilm gerade, ne? Wie ein Kinofilm ist das ganze Ding gerade eigentlich, ne? Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Vor allem Micky, wie du dich zuerst gefreut hast, hast du eine Holo gesehen. Ja, du hast es verstanden. Ich sieh es glitzern und freue mich. Du siehst es glitzern und hast dich sooo, dann hast du gesehen. Ja, ja, genau so, genau. Ey, meint ihr, Monte wird mir noch ein Pack verkaufen? Ja, safe. Safe. Wenn du süchtig bist, ja, locker. Mach, Micky, komm, Bruder, let's go. Imagine back-to-back Erdwurst. Imagine. Micky. Okay, Micky. Jetzt nach der Holo. Holo, Micky. Let's go. Jetzt kommt wieder ein Non-Holo-Dictry. Ich hoffe, dass die Kackwurst da mit drin ist, Läger. Micky, alles nur kein Dictry, Mann. Ja! Shiggy? Ja, es ist Shiggy. Okay, strong. Geil. Strong. Oh. Ey, den haben wir noch gar nicht gezwungen. Ja, geil. Sieht geil aus. Nehm ich mit, nehm ich mit. Oh, Micky. Kana, nehm ich mit. Ich habe heute noch kein Wasser aufgedrehen. Alter. Oh, es ist kein Wasser aufgedrehen. Oh, ich schreier. Stabiles Peck bis hierhin. Jetzt noch eine Schlauze. Alter. Ponita. Traumato. Gönnen Micky, bitte den Kackhaufen. Einen Kackhaufen. So. Hatz, Hatz. Mach. Micky, mach. Micky, mach, 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 mach. Drei, zwei, ein. Micky. Du kannst es schaffen. Waaat. Nein. Du bist so scheiße. Das ist so süß. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist gescriptet, Digga. Lade doch. Das ist gescriptet. Die sind abgelegt. Die sind risiert und gewogen. Stopp, 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 stopp. Aber gut, dass du dich noch mal eingekauft hast. Ich fass es nicht. Wie kann man so gebrochen sein wie dieser Typ? Das war ein Schuss in den Ohrengegab. Ich fain hier. Untertitelung des ZDF, 2020